Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wo wirkt Fortuna heute, das große Glück? Und wer hat diese losgezogen heute, am 14. August 2017? Das sind gerade die Stiergeborenen. Besonders die Stiergeborenen, die am 27., 28. oder 29. April Geburtstags haben. In welchem Lebensbereich haben die Stiergeborenen gerade Glück? Das ist die berufliche Situation. Ein Aufstieg beruflich oder ein beruflicher Neuanfang. Die Bereich Kreativität, Spiritualität, Immobilien, Inneneinrichtung, das wäre mal eine Richtung. Eine weibliche Person unterstützt dabei. Wo sollen die Stiergeborenen achten? Auf die Gespräche und auch die Verträge. Das kann ein Vorteil sein von Vergangenheit. Aber kann auch bedeuten, dass sie die Sprache oder die Verträge noch zurückhalten sollen. Kann auch ein Glück sein. Das Fall zu Fall anderes. Und das sollen die Stiergeborenen überlegen. Entweder kommt jemand von Vergangenheit oder kommt ein Vertrag, ein Arbeitsvertrag zum Beispiel. Weil es geht um die beruflichen Situationen. Das hängt mit der Vergangenheit zusammen. Dann kann das auch ein Vorteil sein. Im anderen Fall ist es vielleicht besser schweigen und die Sprache zurückhalten. Nicht nur die Sprache und Kommunikation zurückhalten, sondern vielleicht einen Vertrag noch nicht unterschreiben. Das müssen die Stiergeborenen ein bisschen abwägen und so die Entscheidungen treffen. Dann haben sie auch Glück in eine berufliche Veränderung und beruflichen Aufstieg. Und das hängt auch mit den Finanzen zusammen. Und das war meine heutige Glücksenergie. Wenn jemand Interesse hat, ihren persönlichen Glücks- und Glückstage von mir berechnen, die Kontaktdaten befinden sich unten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici.